Ich teste drei verrückte Mario Odyssey-Mods. Die erste Mod ist komplett abgespaced, weil sie unseren Speed und unsere Sprünge erhöht. Ich laufe jetzt mal ganz schnell zu diesem Hügel dort hinten. Juhu! Oh! Man muss aus dem Stand springen, okay? Ich hab's verstanden. Nein, 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 nein! Deswegen probieren wir mal, hier ganz nach oben zu springen. Come on, come on, come on! Yes! Nein! Was? Seit wann ist das? Was? Die zweite Mod bietet einiges zum Gucken. Und zwar wurden alle Texturen verändert, wie beispielsweise dieser Regenbogenboden hier. Aber auch die Stadt sieht sehr fancy aus. Gucken wir uns mal das Fortnite-Plakat so ein bisschen näher an. Wunderbar! Big Beefy Bliss, Big Mac. In der letzten Mod wurde dieses Level auch Super Mario 3D World mit übernommen, dass die Map deutlich größer ist und Mario super kleiner gegen aussieht. Die Grünsterne sind sogar an denselben Orten. Normalerweise wäre hier ein Stempel, aber dafür haben wir einen Stern. Abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr Mario Odyssey-Content sehen möchtest, wie zum Beispiel das...